Was heißt das? Gute Nacht Barney Beugmann, gleich geht's los mit dem Spiel Hätt ich Beugmann, die sind so fertig gemacht Alter, so 3 Cheater, alle so 2,50 Meter groß Und wir wissen ganz genau, bei ihm hier, da gibt gar nichts Das war lustig Ja, also der setzt normalerweise sehr früh Luftwagen Ich bin mal gespannt, können wir die erste gelbe sehen? Wie viele sind's? Spielen wir auf 5 Minuten oder? Äh Das sind sie, Mann, ich glaube ja nicht, wir können ihn ganz mal noch mal spielen Der Keks ist ja, wo ist der Keks und so? Jetzt greift er hin an Haben die gesagt, dass die Aufkara gehen? Ich bin, Keks ist weg Das macht mich halt überhaupt nicht Sechs erreicht Ja, zum Glück hat er nicht noch mit dir auch gesagt Also Schorsch, wer ist jetzt noch, wer fehlt jetzt noch? Ich bin, Keks Ich bin, Keks Und du, Keks Jawohl Boah Genau deswegen habe ich mich nicht vorbereitet Barach ist aber da Natürlich bin ich da Ich bin jetzt auch da Irgendjemand muss euch ja retten hier Sorry, Marcel Einwurf Wo ist noch 5? Äh, wir sind gerade im Game Ja Klasse Wie er die Situation vorausgeahnt hat Eins Tor Ich überlege gerade, ob ich wieder Abwehrspiel in der Runde Ja, also kann es weitergehen Welche Minute? Wohl, als schon Ich mache noch einen Potenzial Ich mache noch einen Potenzial Ich mache noch einen Potenzial Ich mache nachher einen Sturm Anke ich Das Tor Das Spiel ohne Ball klappt Von Meju, äh, keine Ahnung Der DL Ja. Wir müssen jetzt erst noch in die Wannerei. So, das hört man das Angriffsspiel des Gegners. Oh. Ja, es gibt ein Buch. Da warst du vom Ankerin. Das ist ein bisschen anders. Ja, das ist ja auch. Rechts raus. Sehr länger Marcel, ich lauf da hinten in den Raum. Ah. Ich lauf nur. Wenn der Ball ist, dann liegt der Tor in der Luft. Der Keeper auf der Linie. Oh. Wieder rechts. Wolltest du immer den Ball haben? Ja, guck der kommt doch. Marcel. Ich lauf einfach immer rechts raus. Ich mach den Ball bei dir immer noch rechts. Oh. Hallo Hunko. Werder Pfosten. Oh. Marcel, geh immer rechts raus. Ecken müsst ihr euch abstreichen. Du, weil der Anregungsanlegung warst du wieder links. Ecken müsst ihr euch abschweichen. Sagt einfach ran, wohin ihr schießen wollt. Wir haben nur KIs vorne. Also, ich versuch den Keeper irgendwie zu bedrängen. Okay. Wie lang? Ich bedräng den Keeper. Ja, jetzt aber. Wo ist der Inntor gestanden? Ich? Wanderfahrt ist jetzt wieder bei. Hab gewonnen. Ich bin nochmal ein bisschen aufgeraunt. Oh. Er ist gegangen. Mein Keks ist kurz aufgeraunt. Abschluss. Jawoll. Ich bring sie direkt. Genau geteilt. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Rückraum. Ja, jetzt kommt voll. Ganz mir wieder gegen Schwarzschi. Der Lauf nach vorne und einer soll nach hinten. Ja, nein. Nein. Marcel, der macht das so. Der macht das so. Oh. Gehen, gehen. Eins gegen Eins. Hast du. Hast du. Ich war ja immerhin schon. Und die Steine, die was drüber war. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht ob ich hab. Ich weiß auch nicht ob er Befehle aus dem Allkrieg. Ich weiß nicht ob er 버fele aus dem Allkrieg. Ich weiß auch nicht ob er war. Ich weiß auch nicht ob er begleube. Ich weiß auch nicht ob er Befehle aus dem Allkrieg. Ich weiß auch nicht ob er wasdirekt. Die ganze Zeit hat war irgendwie weg. aber komm alter, der Keeper von denen ist auch schon so eine Nummer Der Dent ist im Tor gegen... ...Navi Keeper Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung Weitere Genau Weil du aus 30 Metern alter Den hat der und den hat er in der Hand Oh man Das ist Tims Vater I know man, wir können ja jetzt konzentrieren wieder Oh man, wir sind so gerutscht Stolpert Auf dem gelben hoch Oh Flanken schlagen ist eine Kunst Manchmal gehts auch daneben, wie in diesem Fall Jetzt müsste die Flanke kommen Flanke fliegt in den 16er Mit solchen Flanken kannst du keine Abenteuerung bringen Oh der kommt ja schön Oh Ein sehr schöner Pass Die verstehen sich blind Guck mal hin Ups Die verzieht er aber Der ist links raus, links raus Nein, ich verspreche Ihnen, dass ich Kopfhundloi gewinnt Geil Wenn da einer hinrennt, dann habt ihr den Ball sich Ganz ruhig Tobi Ja, ich hab auch Hauptsache Geil Und krieg mich den Ball Oh, der läuft entgegen Oh, der läuft entgegen Oh, was macht der Mario Oh Boah Oh Kling Oh man Bade Warten Bestere Möglichkeiten Ja Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit Oh Oh Mann Kacken, komm Komm, Hupen, komm, hast du Erstmal geklärt Sie haben eben viele technisch gute Leute, das merkt man bei diesen Kombinationen. Oh. Im Fuß, wenn er in den Fuß. BT. Ah verdammt. Ja, so schnell kann das gehen, eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Und der kommt genau an. Meers. Das war schwach gemacht, es gibt Einwurf. Direkt zu mir. Da wird der Trainer zufrieden sein. Oh. Da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Da hat kein Mitspieler eine Chance an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Er kommt kurz an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Gute Flanke. Und jetzt geht es aber zur Sache, da staubt es richtig. Da sind die Einwurf-Spezialisten gefragt. Da sind die Einwurf-Spezialisten gefragt. Da sind die Einwurf-Spezialisten gefragt. Ja. Bei seinen Flanken ist Alarmstufe rot. Er versucht's mit einer Grätsche. Leckball. Können die da was draus machen? um an auch zu gut er gab zu gut rückmacht und stand ganz hinten und noch nach vorne laufen ja jetzt Schuss! 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 Ja, voll! Was? Ah! Okay, aber ich hab nicht gefordert. Ich hätte es mir nicht mal erwartet. Okay. Fand sehr komisch, dass es zu mir passt hat, aber war eigentlich fast gar nicht mehr so gut hier. Das haben wir schon nachgesorgt. Ah! Okay, macht mal einer auf Offensiv, wer Kapitän ist. Jetzt einer bitte auf Offensiv stellen. Ja! Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ich schon nach Offensiv? Aber ich hab nichts gekommen sein. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Ja! Von seinem Körper rollt der Balletter. Es fühlt besser. Wirklich. Ach komm, Alter! ... 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 Gut Roman, schönes Spiel. Baaah. Wenn ich eine Lücke sehe, mache ich lieber tief. Ah, nicht wegbehoben. Direkte Position vom Rechtsstoß. Ich bleibe hinten. Lass das irgendwie aussehen. Einer sollte den Goalie am besten. Überauf. Einer links neben die Mauer hinstellen, der was beim Tor war das. Andere Seite von der Mauer. Das andere links. Alter! Also ich haus noch nix. Ich hab das Gefühl der ein oder andere hier hat seine Nerven nicht wirklich im Griff. Sieht man hier ganz ganz deutlich, da muss man mehr raus machen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, sorry, sehr toll. Der war, ich hab eine andere Sicht und dann war das andere. Sieht gut aus. Nein, der Pass kommt nicht an. Da haben sie hinten in der Abwehr gut aufgepasst. Für sich glaube ich jetzt keine bessere Sicht als die Täler. Ich hab's mit der Längsansicht probiert. Oh, Chance. Ich weiß nicht, was hinter dir passiert. Anfangs haben sie mit der Pro-Ansicht gespielt. Ah. Ist ja recht nett um hier rumzutricksen, aber das war's dann auch schon wieder. Keine eine Übersicht über das Game. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Dieser Eckball könnte jetzt zumindest die Vorentscheidung... In links außen. Plapp, 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 plapp. Ah, der Oberschlauch hat uns gestört. Er kackt. Oh.